Supermarkt Samstag und heute mit einem Bier aus der letzten Bier-Testing-Club-Monatsbox, das Kronenburg. Was das für ein Bier ist und vor allem für was diese Zahl da steht, das verrate ich euch in 6 Sekunden. Hey, ich stelle euch in der angebliebenen Seite und damit herzlich willkommen zum heutigen Supermarkt Samstag. Ihr wisst ganz genau, der Tag der Woche, der reserviert ist für Biere aus einem Supermarktregal. Bei mir kommt er aus der Bier-Testing-Club-Monatsbox, aber ich weiß ganz genau, in Frankreich sind die Supermarktregale voll von dem heutigen Bier. Es ist das Kronenburg 1664 und Kronenburg ist, glaube ich, so was, es gibt, glaube ich, gar nichts Vergleichbares in Deutschland oder Österreich. Das ist so tatsächlich das Massenbier par excellence. Das kriegst du an jeder Straßenecke und in jeder Kneipe angeboten. Das ist so das Standardbier und daran merkt man schon, Frankreich ist definitiv ein Weinland und kein Bierland und wenn man es trinkt, merkt man es noch viel mehr. Ich bin ein bisschen voreingenommen, ich muss das ganz ehrlich sagen, wobei ich trotz alledem so manchen Campingurlaub als Jugendlicher in Frankreich ganz gut mit dem Bier rumgebracht habe, aber da ist man dann auch tatsächlich ein bisschen anspruchsloser. Es kommt aus dem Elsass, genauer gesagt aus Aubernai und ist gemacht mit Strisselspalthopfen. Das finde ich ja tatsächlich wieder ein bisschen positiv, denn es ist ein Elsässer Hopfen, wie überhaupt das ganze Bier komplett mit französischen Zutaten gemacht worden ist und dafür kriegt es auch die Qualitätsbezeichnung Origine France und ja, ist ein Bier also rundherum Frankreich. 1664, ich glaube, das ist unschwer zu erraten, ist das Gründungsjahr der Brauerei und soll auch so ein bisschen das Flaggschiff der Brauerei sein, dieses Bier. Es gibt es auch in unterschiedlichen Varianten, ich habe das mal getrunken, ich glaube mit Himbeersirup, es gibt es als IPA, es gibt es als Dunkles, es gibt es mit, ich glaube noch, den unterschiedlichsten Sachen. Ich glaube, das macht es nicht viel besser, aber wir werden es jetzt mal rausfinden. Es hat 5,5 Volumenprozent hier oben der Kronenkorken, nee, 5,0 Volumenprozent, Entschuldigung, hier oben der Kronenkorken drauf und dann gehen wir das Ganze auch mal an. Oh, es kommt schon sehr spritzig, zumindest beim Öffnen an und dann ab in das Glas. Oh, das riecht schon sehr intensiv. Zumindest schwappte hier gerade so eine Aromenwelle rüber, aber wir reden erst mal über das Bier. Helles, ja, Goldgelb, richtig intensiver Schaum, das sind vier Finger hier in diesem Tastingglas oben drauf, ansonsten das Ganze glanzfein. Der Schaum mit einer beeindruckenden Kompaktheit, da gibt es mal nichts zu sagen. Also das hat man definitiv im Griff. Ja, und es ist so richtig schön malzig, strohig, so florale Noten, süßlich, aber auch so eine dezente Citrusnote. Also ich muss sagen, in der Nase, es ist jetzt gar nicht so verkehrt. Ich würde sagen, wir probieren es. Cheers! Oder santé, wie der Franzose sagt. Ja, tatsächlich begrüßt mich eine leichte Citrusnote, die so ein bisschen in so eine Krebswutrichtung geht. Leichte, bittere auch, grasiger Hopfen. Und dann kommt so ein süßliches, strohiges, biskuitmalziges Malzaroma hinten auf. Und ich muss auch sagen, dieses Bier hat leichter. Und das, boah, das ist auch nur eine blassgrüne Flasche, sehe ich jetzt gerade, wenn das Bier raus ist. Das ist so eine hellgrüne Flasche, die ist nicht mal dunkelgrün. Das Bier hat definitiv einen Lichtgeschmack. So eine leichte Karamellnote, wobei ich jetzt gar nicht weiß, wo die herkommt. Und ein bisschen getreidig. Insgesamt wirkt diese Süße zusammen mit diesen getreidigen Noten und dieser etwas herben Note, das wirkt nicht harmonisch. Es ist leider so. Es ist ein Bier, was da mir so ein bisschen an Balance, an Harmonie fehlt. Da steht so alles so für sich nebeneinander, ist alles da, ist auch für sich jeweils in Ordnung, aber es kommt irgendwie nicht so zusammen. Dieses Puzzlestück passt nicht. Hat einen schönen, schlanken Körper. Durchaus intensive Kohlensäure, allerdings mit feiner Perlage. Das ist auch so das, was in diesem Bier so ein bisschen den Erfrischungseffekt mit sich bringt. Von der Textur her, es ist schon ziemlich wässrig. Also man soll das gar nicht glauben bei dieser Farbe, aber ich finde, das ist ein ziemlich wässriges Bier und das wird hinten raus nicht viel besser. Es ist ziemlich mineralisch im Nachtrunk, so ein bisschen knackig, es wird trockener, es kommt die Bittere ein bisschen auf und das zerstört dieses Harmoniegerüst dann komplett, was da so ein bisschen noch auf sich bauen wollte. und ich glaube, ja, das ist tatsächlich Bier für ein Land, das einfach ein Weintrinkerland ist und wo Bierbraukultur, finde ich, jetzt einfach keine Riesentradition hat und das ist einfach ein gutes Beispiel dafür. Es ist jetzt kein Bier, wo ich sagen würde, in der Sonne runtergekühlt geht es überhaupt nicht, aber ich habe jetzt hier so, ich glaube, 6, 7, 8 Grad Maximum und es wird definitiv schon zu warm, weil einfach diese Aromen sich so entfalten und dann ihr Eigenleben entwickeln und da passt eben dann relativ wenig zusammen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein guter Vertreter für den Supermarkt Samstag, ein nicht so toller Vertreter für die Bierkultur, das Kronenburg 1664 von ProbierTV, gibt es dafür zwei von fünf möglichen Punkten für das Kronenburg 1664 in der Normal-Edition, das International Pale Lager. Dann soll es das von meiner Seite auch heute gewesen sein. Solltet ihr doch kein Abo von dem Kanal haben, dann schnell da unten klicken und sehen wir uns morgen wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis dahin, tschüss, papa, servus, brust und au revoir, santé.